Musik Betrunkene Jugendliche in der Innenstadt sorgen mal wieder für Unruhen unter den Mitbürgern. Stuttingen wird immer grüner. Der geplante Windpark soll offenbar schneller kommen als gedacht. Gold für Stuttingen. Stuttingen-Athlet kehrt mit Goldmedaille und voller Stolz zurück in seine Heimatstadt. Musik Die Diskussion um die Verlegung der Bushaltestelle hat eine neue Dimension angenommen. Nach der Verlegung der Bushaltestelle reicht die Bürgerinitiative Altbewahrt einen Antrag für eine seniorengerechte Erweiterung der Stadtparks ein. Sean, du bist gleich vor Ort. Wie ist die Stimmung? Ja, danke Caro. Wie Sie sehen, binden wir uns vor einer Haltestelle, die bedeutender ist, als man vermuten würde. Denn eben diese Haltestelle sorgt für viel Gesprächsstoff in unserer Stadt. Die Stadtverwaltung denkt über eine Umverlegung dieser Haltestelle nach. Die Problematik ist, dass viele Bürger damit nicht einverstanden sind. Deswegen hat die Bürgerinitiative Altbewahrt einen Antrag bei der Stadtverwaltung gestellt. Unsere Reporterin Mila hat sich mit der Bürgerinitiative getroffen und ihnen einige Fragen gestellt. Wie schätzen Sie denn das Verhältnis zwischen Jung und Alt ein? Also, ich habe grundsätzlich nichts gegen Jugendliche. Ich habe ja selber Enkel. Aber wenn die Jugendlichen bei uns vor der Haustür stehen und dann kommt einer und dann kommen zwei, dann kommen fünf, dann kommt die ganze Bande und vorbei ist mit der Ruhe. Und so kann das nicht sein. Was halten Sie von alkoholisierten Jugendlichen in unserem Stadtpark? Alkoholisierte Jugendlichen in unserem Stadtpark geht gar nicht. Schauen Sie sich um. Alles vermüllt, alles verträgt. Kommt einer, kommen wieder alle. Keine Katastrophe, so kann das nicht weitergehen. Finden Sie die Verwaltung, übergeht uns das da in diesem Punkt? Naja, am Anfang, wir haben unsere Initiative gegründet, wir sind zum Bürgermeister gelaufen, das hat ihn nicht interessiert. Aber jetzt, nachdem die Zustände unhaltbar sind, jetzt so langsam tun die was. Ich möchte mal sehen, was jetzt passiert. Soviel zur Bürgerinitiative Alpe Wart, zurück ins Studio. Dankeschön und danke, Miele, an dieser Stelle. Bei der kommenden Gemeinderatssitzung wird die Verlegung der Bushaltstelle und die Erweiterung des Stadtparks Thema sein. Und nun zur Wetterfeiersage für morgen. Morgen gibt es ganz viel Sonnenschein und eine kühle Brise hier in Stottingen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis morgen.